Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. In dieser Folge nehmen wir euch mit hinter die Mauern meines neuen Commander-Decks und ich verteidige es im Zwiegespräch mit Geis gegen seine toughen Nachfragen. Die Mauer muss weg. Oder heute wohl eher. The Mauer strikes back. Wie dem auch sei, ich freue mich auf ein erbauliches Tasty Deck Deck. Los geht's. Ja, Geis, vielen Dank erstmal für diesen subtilen Hinweis auf den zweiten Podcast aus diesem Hause. Ja, in Staatsbürgerkunde, meinem anderen Podcast, beschäftige ich mich ja mit der DDR. Und da war die Mauer durchaus schon mal ein Thema. Aber heute geht es um andere Mauern. Und wenn euch die DDR interessiert, dann hört gerne mal bei Staatsbürgerkunde rein. Willkommen erstmal zu Tasty MTG, Folge 26. Hallo zusammen. Hallo, hallo. Und schön, dass du das gleich mal gedroppt hast. Ja, hört unbedingt rein in den Podcast Staatsbürgerkunde, den Martin schon seit geraumer Zeit hat und über den wir uns auch tatsächlich kennengelernt hatten vor einigen Jahren. und der sich nicht nur große Beliebtheit von Zuhörerinnen und Zuhörern erlebt, sondern erfreut, sondern tatsächlich auch schon für den Grimm Online Award nominiert war. Absolut zurecht und absolut unverdient ihn nicht gewonnen hat. Aber was nicht ist, kann ja hoffentlich noch werden. Genau, vielleicht treten wir mit dem Podcast ja nochmal an. Aber das ist ein guter Hinweis. Also wer die Origin-Story nochmal hören will von uns, von Geis und mir. Oh, stimmt. Den verlinken wir einfach mal, wir verlinken einfach mal die Folge, wo ihr zu Gast wart. Also du und ein anderer Martin. Grüße gehen raus. Genau, die Folge verlinken wir euch mal als Einstieg vielleicht in Staatsbürgerkunde, wo wir uns das erste Mal gesprochen haben. Oh, die muss ich mir auch nochmal reinziehen. Das war schön. Das war auch mein Anfang in der Welt der Spiele. Schön. Und da klangen wir noch nicht so gut wie jetzt mittlerweile. Also bitte die Audioqualität damals noch zu entschuldigen. Wir sind einen weiten Weg gegangen. Das stimmt. Ja, was haben wir vor, diese Folge? Geis hat ja schon mal so ein bisschen über sein Drei-Frage-Zeichen-Deck gesprochen. Und ich revanchiere mich heute und spreche über mein neues Commander-Deck, das ich gebaut habe. Und wir kommen darüber vielleicht auch so ein bisschen ins Gespräch über Deckbau allgemein. Das haben wir vor. Ja, sehr schön. Und ich werde ganz viel zuhören und immer mal wieder eine Zwischenfrage stellen. Und auch mal gucken, wie Martin so seine Decks baut. Denn darüber spricht man ja meistens beim Spielen nicht so oft. Zumindest mir geht das so. Man trifft sich zum Spielen. Aber das ganze Metagame, das passiert irgendwie für jeden so im stillen Kämmerlein. Von daher bin ich total gespannt, was du heute zu erzählen hast. Genau. Und damit würde ich sagen, geht's los. Und als Vorspeise gibt's, schon mal als kleinen Ausblick auf die Deck-Tag, eine Hartkäse-Platte. Wie meinst du wegen Mauern und Hart und so? Genau. Und durchdringlich. Schwer durchzukommen. Wenn ihr das übrigens großen Käse-Wortspiel findet, was wir hier an Vor- und Nachspeise und Hauptspeise- Kredenzen, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady und Einfluss nehmen auf die Speisenfolge. Das nochmal als kleiner Hinweis, dass man uns auf Steady unterstützen kann und da unter anderem, je nachdem wie viel man uns da unterstützt, auch Einfluss nehmen kann, was es hier gibt zu essen. Genau. Was gibt's denn zu essen, Geis? Zu essen gibt's eine kleine Neuigkeit, über die schon vielerlei, also vielerorts gesprochen wurde. Ja, man hört es in aller Lande, in aller Munde ist die Kunde von der Pro-Tour, die zurück ist, um uns zu beglücken mit hochwertigem, professionellen Magic-Spiel. Und das wollte ich einmal kurz erwähnen und einmal kurz, ganz kurz beschreiben, wie das Ganze künftig aufgebaut sein soll und was uns da erwartet. Und dann, ja, einmal kurz fragen, was du so davon hältst. Unser Weg zur Pro-Tour. Wie komme ich? Unser Weg zur Pro-Tour. Ja, also wir gehen erstmal in den Spieleladen. Wir gehen in den Spieleladen und machen dort einen Regional Championship Qualifier mit. Das heißt, so ein kleines Turnier bei uns quasi um die Ecke und gucken mal, wie gut wir dort abschneiden. Ich denke mal, man muss Erster werden oder vielleicht Erster oder Zweiter. Weiß ich nicht so genau. Und dann können wir sozusagen, ja, ein Schrittchen voranschreiten, nämlich, dann können wir weitergehen zu den Regional Championships. Das sind Landesmeisterschaften. Das ist ein bisschen mehr als eine Landesmeisterschaft. Das ist vergleichbar mit den, ja, Bundesland. Bundesland, die es mal gab, nee, 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 es geht direkt ein Level höher, so auf europäische Ebene. Ah, okay, okay. Also es sind vier davon in Europa, weiß ich nicht, wie viel es weltweit sind. Gibt auch irgendwie so eine eigene kleine Firma, die das hier dann für Wizards macht. Ich weiß nicht, ob die von Wizards selber ist oder ob das extern irgendwie ein Ding ist, was da extern betrieben wird. Die machen diese Regional Championships, also macht jetzt nicht Channel Fireball, die es zum Beispiel zuletzt gemacht haben, oder Card Market, die machen das nicht. Sondern es macht quasi veranstaltet so eine, ja, eine andere Firma, die sehr eng an Wizards dranhängt, offenbar. Der Altenburger Skatbund. Ja, genau, das ist ja schön. Altenburger Skat gerecht, veranstalte die Regional Championships. Und da finden in vier Stück statt dieses Jahr, in Bologna, in Paris, in Sofia und in Kopenhagen. Also bei unserem nächsten Rand wäre Kopenhagen. Und da kannst du hinfahren, kannst ein Commander-Site-Event spielen und sicherlich auch ein Popper-Site-Event vielleicht. Kannst dich aber natürlich auch irgendwie für die Pro-Tour qualifizieren. Das heißt, da geht es dann wieder mit diversen Formaten los, dass du dich ordentlich battlest. Es gibt Limited-Formate, es wird gedraftet, zielt gespielt. Es Pioneer ist ein Format, was sie mal wieder rausgeholt haben. Was für mich gar nicht so tot ist, weil tatsächlich so ein paar Leute, die ich kenne, immer mal wieder Pioneer spielen und auch davon erzählen. Aber für andere war das vielleicht ein Format, von dem sie jetzt halt seit der Pandemie irgendwie nichts mehr mitbekommen haben. Aber das wird groß gemacht von Wizards und das finde ich auch irgendwie cool, dass sie das Format nicht links liegen lassen, sondern das bei seinen Chancen packen und weiterführen. Und genau, wer es schafft, bei dem Regional Championship sich quasi für die Pro-Tour zu qualifizieren, der kann dann eben zur Pro-Tour fahren. Und davon, wie viele gibt es da, ich glaube drei pro Jahr ungefähr, da sind dann so 400 Leute, die teilnehmen in etwa, vielleicht 450. Und von denen, wer eine Pro-Tour gewinnt, ist erstmal eh der absolute King oder Queen. Und diese Leute, die bei den Pro-Tours gut abschneiden, die ziehen dann weiter zu den World Championships und können dann eben Weltmeister werden. Ist das so, dass es nur drei Pro-Tours gibt? Ich hatte immer das Gefühl, es gibt da deutlich mehr. Es gab früher deutlich mehr. Das, was ich jetzt gelesen hatte, waren das ist drei. Okay, und es fehlt quasi diese, was ich vorhin meinte mit Landesebene. Also vorher gab es ja, du gehst in den Local Gamestore und dann machst du ja nochmal so Berlin oder Brandenburg, wäre es bei uns gewesen, so ein Regionalvorentscheid, bevor du dann zu diesen größeren Events in europäische Hauptstädte fährst. Aber diese Ebene fehlt jetzt quasi und du fährst jetzt gleich in die europäische Hauptstadt. Richtig, genau, genau. Es gibt eine ganze Menge Preisgelder wieder. Bei der Pro-Tour wird eine halbe Million US-Dollar ausgeschüttet insgesamt und bei den World Championships eine Million. Bei den World Championships sind dann noch 128 Teilnehmer dabei und bei den Pro-Tours 300 Teilnehmer. Das habe ich gerade einfach falsch wiedergegeben. Also das spitzt sich dann schon deutlich zu. Aber, und das ist auch anders als früher, das sind alles Paper-Events und man qualifiziert sich über Tabletop-Events dafür. Aber man kann quasi auch die ganze Zeit Arena zocken und sich über Arena direkt zu einem dieser Level quasi qualifizieren. Und dann musst du natürlich mit Paper irgendwie anrücken und spätestens zur Weltmeisterschaft quasi, da musst du dann halt mit deinem Deck irgendwie hinkommen und tatsächlich dein Können am Tisch unter Beweis stellen. Ja, ich weiß noch, wir haben zusammen mal eine Pro-Tour verfolgt und dabei auch ein bisschen gezockt und das war schon ganz spannend zuzugucken. Es geht natürlich ewig, also es ist dann wirklich so ein ganz, also sowohl wenn man spielt als wenn man zuguckt und fand es aber tatsächlich auch ganz, ganz spannend. Ich glaube, du freust dich sehr, dass diese Rangliste und diese Pro-Tour zurückkommt. Ich finde es auch, ich finde es auch spannend und finde auch, dass das mit Arena war natürlich toll, weil da Leute von überall teilnehmen konnten, egal ob sie jetzt sich eine Reise leisten konnten oder nicht, egal ob sie jetzt mobil waren oder nicht. Das ist natürlich toll, aber ich kann auch verstehen, wenn die Leute zurück wollen zum Papier-Magic, ich würde mir nur wünschen und ich hoffe, da erfahren wir vielleicht auch noch ein bisschen was, wie dann vielleicht auch so eine Unterstützung für Leute erfolgen kann, die eben ja nicht so mobil sind oder ja zwar gute Spielerinnen und Spieler sind, aber vielleicht dann auch nichts anderes Geld haben, um dann durch die ganze Welt zu jetten, um dann letztendlich zu gewinnen. Mhm, definitiv. Ja, dieser Arena-Client, der sieht halt immer gleich aus. Und klein in der Ecke sieht man dann so die Gesichter von den Leuten, die gegeneinander spielen. Und ich sag mal so, besser als unaufgeräumte Zimmer voller frisch gewaschener, aber noch nicht zusammengelegter Wäsche, die im Hintergrund liegt, finde ich halt einfach tatsächlich dieses echte Arena-Gefühl, ja. Die physische Arena, in der Leute gegenüber am Tisch sitzen voneinander, in denen es darum geht, wird da jetzt Blickkontakt gehalten oder nicht? Was machen die Hände? Deuten die an, ob sie zum Token greifen oder nicht? Wie souverän spielt jemand mit seinen Karten herum? All das, da passiert viel, viel mehr und da werden viel mehr Geschichten erzählt, als es auf Arena der Fall ist. Lacht vielleicht mal sogar jemand. Also das ist ein schlechtes Trinkspiel. Und zu gucken, wann jemand lacht bei der Pro-Tour, passiert selten. So ein Trinkspiel für Nicht-Trinker. Das stimmt, die sind schon ganz schön getrennt voneinander, wenn jeder so in seinem Zimmer sitzt und gegeneinander dann zockt. Das ist so wie jeden Tag den Magic-Client öffnen und losspielen, nur mit ein bisschen mehr Druck diesmal. Das ist für Leute, die zuschauen, nicht so cool. Für die Leute, die spielen, ist es natürlich was anderes. Aber ich glaube, auch die haben natürlich den Traum davon, irgendwie mit den Karten in einer echten Arena zu stehen und irgendwie zu spielen gegeneinander. Und das wird jetzt ermöglicht. Ich habe Lust, wieder so ein paar Erfolgsgeschichten zu verfolgen, zu erleben. Leute, die sich irgendwie nach oben kämpfen, die man dann auch wiedererkennt oder so. Ja, da habe ich irgendwie, da habe ich Bock drauf. Und darauf freue ich mich. Und jetzt nach dieser Zeit, nach dieser ganzen Zeit, in der das nicht stattfand, sind vielleicht auch ein paar ganz, ganz frische neue Gesichter dabei, die man noch nie gesehen hat. Wer weiß. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall. Wir verfolgen das und gucken da bestimmt auch mal rein. Und ich hoffe, ihr auch. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass diese Ecke von Magic wieder bevölkert wird. Komm, und jetzt auf zu deinem Deck-Tag. Ich bin schon ganz gespannt. Und ich würde sagen, ich traue mich gar nicht, das jetzt zu erwähnen, was es zum Essen gibt. Also es gibt eine Mauer, Deck, und jetzt gibt es Stein, Pilz, Risotto. Ha! Ha! Ich hoffe ja echt, dass uns jemand Steady unterstützt. Einfach nur, damit wir bessere Speisen servieren können. Genau. Willkommen im Hauptteil mit diesem leckeren Steinpilz-Risotto. Hoffe ich, habe ich jetzt auch was, was dem entspricht in Form eines Decks. Genau, wir haben uns überlegt, was machen wir für diese Folge und sind auf die Idee gekommen, Mensch, ich habe doch ein neues Commander-Deck. Ich könnte mal ein bisschen drüber erzählen, wie ich das gebaut habe und was da die Idee hinter war. Wenn ihr jetzt auf eurem Podcatcher auf den Link klicken könnt, dann klickt gerne auf den Link. Da kommt ihr direkt zu dem Deck auf Moxfield. Und wir haben das jetzt beide auch schon offen. Und wenn ihr da draufkommt, dann seht ihr auch schon, wie dieses Deck heißt. Das heißt nämlich Mauerspecht. und das ist jetzt auch erstmal ein Arbeitstitel. Das heißt, wenn ihr jetzt während der Folge nochmal eine gute Idee habt, wie dieses Deck auch heißen könnte, dann twittert uns das an tasty-mtg. Fragezeichen. Ein kurzer Wackler in der Stimme. Ja, weiter. Genau. Und ja, ihr seht schon, und du siehst auch, Guys, den Commander dieses Decks. Denn das ist Arcadis, The Strategist, Arcadis, der Stratege. Meine erste Frage an dich ist, weißt du, wer das ist? Der Arcadis? Du meinst so von der Lore her? Genau, von der Lore her. Also, wer ist dieser Prachter? Nee, das musst du mir tatsächlich erklären. Nee, es ist ein Elder Dragon. So viel weiß ich, weil es steht auf der Karte. Den Rest musst du mir erklären. Und ich weiß, dass früher bei mir zu Hause als Kind quasi Stratege so ein bisschen so ein Schimpfwort war. so eine Beleidigung. Du, Stratege. Nee, es ist ein rischer Stratege. Ist der ein richtiger Stratege oder ist der cooler? Der ist jetzt ein richtiger Stratege. Also, du hast schon recht, das ist ein Elder Dragon. Und ich dachte, das ist natürlich auch schön, wenn man endlich mal ein Elder Dragon Highlander Deck baut, wo ein Elder Dragon Highlander der Commander ist. Und Arcadis, der Stratege, ist einer von den fünf ursprünglichen Drachen. Da gab es schon mal eine Karte dazu. Zu den anderen auch. Und das sind quasi, ja, die Drachen, die auf Dominaria vom Urdrachen da hineingeworfen wurden und von denen Nickel Bolas einer ist. Also, es sind jetzt vielleicht so die Halbgeschwister von Nickel Bolas. Und so bin ich eigentlich auch drauf gekommen, mich mit dieser Karte, mit dieser Kreatur, mit diesem Drachen zu beschäftigen. weil es da nämlich eine ganz tolle Geschichte gab, die Chronicle of Bolas von Kate Elliott geschrieben. Das war so eine Web-Fortsetzungsgeschichte zum Core Set 2019. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die könnt ihr gerne lesen. Also wirklich schön zu lesen. Da geht es so ein bisschen um die Ursprünge von Nickel Bolas und Ugin, dass die, Spoiler, die sind Brüder und wie die sich verhalten dann auch zu den anderen Drachen und zu den Menschen auf Dominaria. Also ganz spannend geschrieben. Und Arcadis ist da dargestellt als ein Drache, der den Menschen erstmal wohlgesonnen ist, der sich um sie kümmert, der sie beschützt, der sie auch verteidigt und der dann wirklich erstmal viel nachdenkt und sehr reflektiert ist. Und den fand ich eigentlich von der Figur her sehr spannend und wo ich diese Karte gesehen habe, dachte ich, oh ja, das klingt auch spannend. Es ist nicht ein interessanter Charakter, sondern ermöglicht vielleicht auch eine ungewöhnliche Deckidee. Weil ich mir tatsächlich gedacht habe, also ich würde mich gerne immer selber überraschen, wenn ich so ein Deck baue. Ich baue nicht oft Decks, weil mir manchmal da auch die Zeit dazu fehlt und ich dann auch sehr lange drüber grüble, wie mache ich das und was kommt da rein und ich muss mich dann auch, also der Flavor muss halt stimmen für den Commander und dann habe ich auch Bock, das zu bauen. Und hier hatte ich das Gefühl, da steckt eine ungewöhnliche Idee, die ich so noch nicht oft gesehen habe und die ich auch noch selber nicht so oft gespielt habe. Dann sag mir doch mal, was er macht. Genau. Also, der hat Flugfähigkeit und Wachsamkeit. Ist ein Elder Dragon mit 3,5. Kostet ein generisches, ein grünes, ein weißes und ein blaues Mana. Und jetzt musst du mir helfen, wie heißt diese Farbkombination? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Aha. Band? Ja, ich würde auch sagen, denn, genau, ich weiß es nämlich sogar, weil ich habe den Band Charm nämlich auch drin. Ja, genau. Gut, haben wir den Test beide gestanden. Sehr gut. So, und der hat jetzt folgende Fähigkeit, immer wenn eine Kreatur mit Verteidiger ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Also, unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Und jede Kreatur mit Verteidiger weist Kampfschaden in Höhe ihrer Widerstandsfähigkeit zu und nicht wie ihrer Stärke und kann angreifen, als hätte sie nicht Verteidiger. So gut. Genau, und das ist eigentlich auch eine schöne Anleitung davon, dachte ich mir, wie man dieses Deck bauen sollte. Und so bin ich dann auch rangegangen. Genau, also so dein erster Eindruck erstmal vielleicht so zum Commander, zu der Idee. und zum Elder Dragon gehen. Total gut. Also, was mir als erstes kommt, also Fliegen, Wachsamkeit, finde ich eh immer eine super unfaire Kombination. Das ist schon mal richtig gut. Das ist ein Deck, das will, dass man angreift. Das sagt sogar, hey, die Karten, mit denen man eigentlich nicht angreifen darf, die dürfen jetzt auch angreifen. Das finde ich schon mal gut. Also, es geht viel um Kampf. Und viele Karten werden dadurch extrem aufgewertet, indem sie einfach noch eine Karte ziehen, wenn sie ins Spiel kommen. Das heißt, der haut mit Value quasi nur so um sich und kostet vier Mana. Ich meine, ich spiele ja auch CD, sie kostet eins und dann Sultai, quasi, Sultai-Farben, drei Mana. Das geht schon. Das kann man schon machen. Man hat ein bisschen gebastelt, dass man das Mana dann in den richtigen Farben auch zu Turn 4 hat, aber das kriegt man schon hin. So, das ist jetzt so mein Ersteindruck. Das, glaube ich, ist ein ziemlich guter Commander, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass du, auch weil ich es weiß, Karten dabei hast, von denen ich noch nie was gehört habe. Genau, das war nämlich auch noch schön, als ich dann dieses Deck angefangen habe zu bauen, dass ich auf viele Karten gestoßen bin, die ich noch nie gesehen hatte, die entweder sehr alt sind oder so abwegig, dass man die eigentlich selten sieht oder selten spielt. Aber hier, fand ich, machen die eigentlich total Sinn und passen sehr schön rein. Also, wie bin ich vorgegangen? Ich habe natürlich erst mal geschaut, was gibt es denn überhaupt für Karten mit Verteidiger in den Farben, die dieser Commander hat. Und für alles, was ich jetzt gleich berichte, bin ich natürlich auf Scryfall gegangen und habe da mit verschiedenen Suchtermini gesucht. Ich bin tatsächlich nicht über EDH-Rack gegangen oder ziemlich spät da noch mal drauf geguckt, sondern ich habe erst mal so Suchen gemacht, von denen ich denke, da müsste ich was finden für dieses Deck oder hätte ich gern was gefunden und mal gucken, was mir da die Suche ausspuckt. Das heißt, erst mal über Scryfall, dann das ganze Ding zusammengebaut und am Ende noch mal auf EDH-Rack. Ob ich irgendwas übersehen habe, genau. Ah ja, okay. Also wirklich noch mal so, um zu überprüfen, ob es nicht noch irgendeine Banger-Karte gibt, die die anderen Leute alle in ihr Arcadistick reinbauen. Genau, also vielleicht vom Anfang mal, wonach habe ich gesucht? Also ich habe erst mal nach Karten gesucht, die Defender haben. Dann habe ich noch mal geguckt, nach Karten mit Toughness und Power oder Rather, ist ja auch so ein schöner Begriff, also statt der Toughness oder statt der Power die Toughness zu nehmen oder Toughness Greater Power, da passiert ja auch ganz viel oder Power niedriger als, danach habe ich gesucht und ihr werdet das gleich auch sehen, da gibt es tatsächlich ein paar Karten, die ein paar schöne Kombinationsmöglichkeiten mit den Verteidiger-Karten, die alle sehr schwach in der Power sind. Genau. Und dann findet man eben erst mal ganz viele Karten, die Verteidiger haben und ich nenne es mal zum Beispiel eine Karte, die ich da vorher noch nicht kannte, ist zum Beispiel der Perimeter-Captain, der kostet ein weißes, schon mal super, kostet ein weißes, nur ist eine 0,4, hat Verteidiger, Human Soldier, also Mensch, Soldat ist es glaube ich, ne? Soldier. Und immer wenn eine Kreatur mit Defender blockt, kann ich zwei Leben kriegen. Ist eine tolle Karte, würde man sonst nirgendwo spielen, aber ist an sich auch schon mal eine 0,4. Und die Idee, die ich im Hinterkopf hatte, ist halt immer, die Kreaturen sollen möglichst hinten sehr eine große Zahl haben, weil sobald Arcadies im Spiel ist, haben die diese Zahl auch vorne. Und ich sag mal, eine 4,4 für ein weißes Mana ist nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Der Typ steht in der Illustration von Stephen Belladin, der steht einfach auch da wie eine Mauer. Ja, und weißt du? Der streckt zwar so die Hand aus, aber ich hab nicht das Gefühl, dass die Hand in irgendeiner Form, der Arm irgendwie instabiler wäre, nur weil er ausgestreckt ist. Es wird dann einfach, die Mauer wird dadurch nur größer. Er hat auch keinen Hals, ist irgendwie so das Gefühl. Der Kopf ist so direkt an den Körper herangesteckt und es ist einfach ein riesiges Typ einfach, der mit seiner Rüstung eins ist. Und genau, also nach dem Prinzip bin ich nämlich jetzt auch vorgegangen, Karten, die ich vielleicht auch noch nicht kannte, die Verteidiger haben und die irgendwie witzig sind, also die einfach auch Spaß machen oder die ich gerne mal in Aktion sehen würde und die ich selten gesehen habe. Eine, die ich dabei noch gefunden habe, ist zum Beispiel die Wall of Shards. Die kostet eins und ein weißes, ist eine Schneekreaturmauer, 1,8, Verteidiger und Flugfähigkeit und die hat kumulativ einen Abkeep. Also ich muss jede Runde, passiert was und zwar ein Gegner kriegt ein Leben und in jedem Abkeep lege ich quasi einen Counter drauf und für jeden Counter kriegt dann der Gegner das Leben oder dann auch zwei oder drei oder vier. Aber ich spiele halt auch in Runde zwei eine 1,8 und habe dann in Runde vier, wenn Arcadies draußen ist, eine 8,8 fliegen, fliegend. Und die war erstaunlich gut, diese Karte. Also, Hä, warum das denn? Eine 8,8 fliegend in Runde vier ist nicht so schlecht und solange man halt nicht acht Leben an den Gegner gibt, kann man auch acht Schaden austeilen. Oder was anderes, was ich noch gefunden hatte, war zum Beispiel hier gibt es eine Mauer, eine 0,3 Sunscape Familia, die hört man auch ab und zu mal sonst in anderen Kontexten, eins und ein weißes, die sagt, dass grüne und blaue Zaubersprüche eins weniger kosten zu bezahlen. Was mir sehr entgegenkommt, weil dieses Deck sehr, sehr günstig ist in seinen Mana-Kosten. Also, ich habe mal unten geguckt, insgesamt pendeln sich diese Mana-Kosten ein bei 2,6 ohne Länder und mit Ländern 1,64. Also gut, also 2,61 ist die Zahl, auf die man gucken sollte und eine Mana-Kosten-Kurve unter drei für ein Commander-Deck ist schon gut, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist schon sehr gut. Genau, und so bin ich dann durchgegangen und bin dann eben auf 36 Kreaturen gekommen, die Verteidiger haben und ich habe auch versucht, dass Kreaturen Fähigkeiten oder Effekte für das Deck übernehmen, die Verteidiger haben und dann eben so Sachen ermöglichen, für die man sonst einen Zauberspruch bräuchte. Zum Beispiel die Jeskai Barricade kostet 1 und ein weißes. Das ist so toll, die kosten alle nur 1 und dann noch irgendwas oder wenn überhaupt. 0,4 und hat Flash und wenn die ins Spiel kommen, kann ich eine andere Karte zurück auf die Hand nehmen. Also, hat aber auch Defender. Hat aber auch Defender. Ist auch eine Mauer. Genau, also kann ich quasi meinen Commander zum Beispiel damit schützen oder ich habe so Klassiker drin wie die Wall of Blossoms 0,4 Defender und wenn die ins Spiel kommt, ziehe ich von der allein schon mal eine Karte, wenn es jetzt mit Arcadies gerade nicht so klappt. Oder eine Karte, da war ich auch total überrascht, dass es die gibt, den Exbane Guardian, der war auch sehr gut in den zwei Spielen, wo ich bislang gespielt habe. Zwei und ein grünes hat natürlich auch Defender, Mensch Druide, und den kann ich tappen und dann kriege ich X Mana in einer beliebigen Kombination und X ist die Anzahl an Kreaturen mit Verteidiger, die ich habe. Ist total irre. Finde ich wahnsinnig. Ja, echt verrückt, ne? Ist eigentlich so ein Ding, was man von Elfen her kennt. Ja. Die dann für andere Elfen quasi oder in der Höhe der Anzahl anderer Elfen für Mana tappen. Aber dass der Typ das für die Anzahl der Mauern macht, ich meine, flavormäßig ergibt das wenig Sinn, aber ist natürlich fürs Spielen super, super stark. Genau, und so habe ich halt immer geguckt, was halt für Effekte, also hier in dem Fall Ramp oder Karten ziehen ist ja eh schon ein bisschen mit eingebaut oder Protection, also Schutz für den Commander, dass das alles über die Kreaturen möglichst gelöst wird, die Verteidiger haben und gegebenenfalls auch angreifen können. Was hast du so, ja das stelle ich mir vor, du springst den ins Spiel und der nimmt jetzt den Defender runter von den ganzen Kreaturen, dann würde ich erst mal den Arcadies irgendwie raushauen. Wie versuchst du den zu beschützen? Das ist ja das, was mich immer ein bisschen nervt, sozusagen tatsächlich, wenn ich meine Commander-Decks baue und weiß, wenn der zum Ziel wird, der Commander, dann macht der Rest meines Decks wenig Sinn und wenn ich jetzt nicht genug Mana habe, um den gleich wieder zu spielen, dann sitze ich erst mal doof da. Wie schützt du den in den Farben? Also ich habe zwei Aspekte berücksichtigt, einen habe ich mal angenommen, ich kann ihn nicht schützen, das heißt, ich brauche Redundanz für diesen Effekt und der andere und da muss ich auch sagen, ist es vielleicht noch ein bisschen schwach, das Deck, muss ich auch gucken, wie ich das mache, habe ich so Klassiker natürlich drin, wie die Lightning Greaves, die man dann an den Commander equippt oder eben so Schutz Spells, wie ich gerade schon gesagt hatte mit der Mauer, ich habe Dovins Veto zum Beispiel drin, wo ich ein Non-Creature Spell countern kann, also ein Counter Spell. Das ist dein einziger Counter, oder? Das ist mein einziger Counter bislang, ja, weil ich da auch noch ein bisschen rumschiften muss, vielleicht und dann habe ich natürlich Blau ist eher auf der schwachen Seite, oder? Blau ist eher schwach. Ich sehe hier 21 Prozent deiner Mana-Symbole werden angezeigt, sind blau, das ist natürlich relativ wenig, um jetzt einen doppelblauen Counterspell oder sowas zu spielen. Genau, von Axel aus unserer Playgroup kam natürlich gleich der Hinweis auf gute Counterspells, die ich da noch einbauen könnte oder Protection Spells für meinen Commander und vielleicht mache ich das auch. Gibt es auch in Weiß? Gibt es auch in Weiß, richtig, also Weiß und Grün dominieren hier natürlich schon stark und das andere, was ich gesagt hatte, ist natürlich, ich versuche über Redundanz diesen Effekt zu regenerieren, dass die Kreaturen angreifen können, als hätten sie nicht Defender und eine Karte, die das macht, ist zum Beispiel High Alert aus Rethnika Allegiance. Das ist ein Enchantment, kostet ein generisches, ein weißes, ein blaues und die macht eben genau den gleichen Effekt wie Arcadies und ich kann da zusätzlich noch zwei Mana und ein weißes und ein blaues bezahlen, wenn ich möchte und eine Kreatur enttappen. Genau, die macht das und Assault Formation ist auch noch ein Enchantment, das es ein bisschen abgeschwächt macht, sagt zumindest, dass der Schaden äquivalent zur Widerstandsfähigkeit ausgeteilt wird und ich kann ein grünes bezahlen und dann verliert eine Kreatur ihre Verteidigerfähigkeit und kann angreifen. Genau. Und den gibt es so ein paar, die zumindest jetzt nicht den Defender wegnehmen, aber die Kreaturen Kampfschaden in Höhe ihrer Toughness austeilen lassen. Huatli hast du zum Beispiel die Planeswalkerin. Genau, die ist auch nur drin als Planeswalkerin, weil sie diesen Effekt hat. Es gibt diesen Effekt auch noch mal mit Schwarz in Verbindung, aber Schwarz kann ich leider nicht spielen. Da gab es in letzter Zeit auch noch ein paar Defender-Kreaturen, die das so ein bisschen mit einbauen, also diese, gerade in der Mitternachtsjagd gab es da ein paar lustige Karten, die dann eben auch noch mit Defender so ein paar spaßige Dinge machen, aber die konnte ich hier leider nicht spielen. Genau, deswegen Huatli. Sieht man auch selten den Commander und ist halt mehr ein Enchantment hier in dem Fall, aber lustig, dass der drin ist. Na und ich sehe, du hast halt so die Klassiker, du hast dir ein Teferis Protection geleistet fürs Deck und ein Heroic Intervention ist drin. Genau. Habe ich mir nicht geleistet in dem Fall, sondern das schützt natürlich auch ordentlich. Hatte ich tatsächlich auch nochmal aufgemacht in einem Mystery-Booster, deswegen ist der drin. Der einzige Mystery-Booster den aufgemacht hat. Wer es kann, der öffnet die Booster dann, wo das drin ist. Weil Ziel war auch tatsächlich nicht so viel Geld auszugeben für dieses Commando-Deck und ich hatte ja schon mal in der Ferien-Folge erzählt, dass ich hier noch diese alte Kiste stehen habe oder diese neue Kiste mit alten Karten, wo dann auch nochmal so ein paar lustige Dinge drin waren für dieses Deck und ich wollte eigentlich wenig Geld ausgeben, um dieses Commando-Deck zu bauen. Das hat auch ganz gut geklappt und deswegen habe ich auch Karten reingenommen, die ich schon hatte und Cyclonic Rift, Heroic Intervention und Teferis Protection sind natürlich irgendwie so die mächtigsten Spells, die ich da jetzt irgendwie so drin habe, aber die hatte ich tatsächlich auch alle noch aus vorherigen Decks oder weil ich da zufällig zwei hatte. Kurz eine Frage dazu, einfach weil ich das sehr, sehr spannend finde und für mich auch die ersten Commando-Decks, die ich baue, immer aus möglichst vielen Karten bestehen, die ich selber schon habe. Gibst du dir irgendwas vor? Sagst du dir, hey, ich baue das erstmal nur aus dem Zeug, was da ist oder ich will erstmal nur 20 Karten oder 15 Karten kaufen, die ich noch nicht habe? Reglementierst du dich da selber irgendwie oder ist das eher so ein Pi mal Daumen und guckst halt, dass du erstmal die Karten nimmst, die du hast? Also meistens komme ich ja über Karten, die ich schon habe, drauf, dieses Deck zu bauen, wie jetzt zum Beispiel Arcadies und dann hatte ich auch gesehen, dass Sebastian aus unserer Playgroup hatte ja getwittert, er hat hier Assault Formation aufgemacht, ob die jemand tauschen will oder so und das war eigentlich so auch der Auslöser für mich zu sagen, ja, ich hatte diese Idee schon ganz lange im Kopf und wenn jetzt er schon diese Karte gerade anbietet, dann gehe ich da drauf ein und das ist jetzt für mich der Auslöser, dieses Deck zu bauen und dann mache ich es eigentlich so, dass ich das Deck erstmal, dass ich erstmal so diese Karten, von denen ich die schon im Kopf habe, dass ich mir die erstmal hinlege, die kommen schon mal rein und dann baue ich eben über diese Suche das Deck zusammen und dann vergleiche ich das, weil ich ja alle Karten digitalisiert habe oder erfasst habe, kann ich halt gucken, welche davon habe ich schon und so kristallisiert sich dann so raus, welche bleiben noch übrig und wenn ich dann feststelle, oh, da ist aber irgendwie eine sehr teure dabei, dann gucke ich vielleicht nochmal lieber genauer, ob es vielleicht eine gibt, die ich schon habe, die so einen ähnlichen, aber vielleicht ein bisschen einen schwächeren Effekt hat. Also ich gehe da nicht so ganz so aufs Maximum, weil ich dann denke, irgendwann ist es auch gut. Also finanziell willst du dann auch nicht hunderte Euro da ausgeben für ein Deck, von dem du noch nicht mal weißt, wie sie spielen, ob es Spaß macht und das kann man dann immer noch machen, glaube ich, wenn es gut zu einem passt. Ja, das geht mir ähnlich. Erstmal will ich gucken, wie fühlt sich das Ding an und bin ich bereit, irgendwie das Geld auszugeben, um halt irgendwie die coolen Basics dafür zu kaufen, damit das halt schick aussieht oder die High-End-Sleeves, die farblich perfekt dazu passen, irgendwie dazu zu besorgen. Da finde ich auch, muss ich das Deck immer erst mal so ein bisschen beweisen. Und dann habe ich auch mal Karten reingenommen, wo ich einfach mal sehen wollte, wie die funktionieren, ob die passen, das einfach so ein bisschen experimentieren und weil ich einfach Bock hatte, damit zu spielen, auch wenn die jetzt gleich nicht so den stärksten Effekt haben. Ich hatte mir irgendwann mal Was denn? Was denn? Ich hatte mir irgendwann mal einen Academy-Rektor geleistet für ein Enchantment-Deck, das ich bauen wollte und das war eine sehr hohe Investition damals. Ach stimmt, der kostet ja viel. Warum kostet der so viel? Sag mal, was der macht. Also der kostet 30 Euro, also wenn manche sagen, okay, da geht es ja noch deutlich teurer, aber das ist, glaube ich, die teuerste Karte, die ich mir immer gekauft habe. Also für dieses Geld habe ich mir ein Popper-Deck zusammengestellt. Genau, das ist genau so dieser Rahmen. Und das ist ein Mensch, Klerik, äh, nur ein Klerik, Entschuldigung, mit Power-Toughness 1-2, hat nicht Verteidiger, kostet 3 und ein Weißes und wenn der stirbt oder in den Friedhof gelegt wird, dann kann ich ihn ins Exil schicken und dann kann ich mir ein Enchantment aus meinem Deck raussuchen und ins Spiel bringen. Ah, wow. Und genau, und ich wollte immer mal gucken, was ich mit dem so spielen kann und ich dachte, okay, da suche ich mir einfach ein Enchantment raus und das, was er finden könnte, wäre natürlich einmal High Alert, hatte ich gerade schon genannt, was diesen Arcadies-Effekt nochmal repliziert oder, weil ich da auch Bock hatte, damit mitzuspielen, Unnatural Growth. Weil, ich muss mir gleich denken, das Ding mit den vier grünen Mana in den Casting-Kosten. Genau, das hole ich mir dann und dann verdoppelt sich nochmal die Power und Toughness am Beginn jedes Kampfsegmentes und dann ist meine fliegende 1.8 auf einmal eine 16.16. Das ist geil. Ja, das ist ziemlich cool. Weißt du, nochmal zum Academy Rector, warum der so teuer ist? Der ist auf der Reserved-List. Der ist auf der Reserved-List und wird der im Commander viel gespielt oder hat der vielleicht auch irgendein Kombo-Potenzial in irgendeinem anderen Format? Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber der hat sicher Kombo-Potenzial. Okay, na dann wird's, vielleicht weiß es jemand aus der Community, schreib's mir nochmal. Ich finde solche Geschichten immer ganz cool, weil solche Preise erschließen sich für mich nicht immer sofort. Für mein, für mein, nicht für mein, sondern für ein Kläriger-Deck kann man den sicher auch gut nehmen, ist ja auch ein Kläriger. Oder für so ein Adventure-Party-Deck aus Zendika. Taugt ja auch. Das stimmt. Genau. Ich könnte mir auch als das Enchantment Rolling Stones raussuchen, weil ich das auch schön finde, das auch nochmal macht, dass Mauern angreifen können, als hätten sie, als wären sie keine Mauern. Weil viele Verteidiger-Kreaturen natürlich auch Mauern sind oder Mauer waren früher mal und diese Defender-Fähigkeit da so eingebaut war in das Mauer-Sein. Ja, genau. Ist das immer noch so? Mittlerweile steht's, glaube ich, automatisch mit drauf einfach. Genau. Aber theoretisch ist es noch so, dass quasi jede Mauer auch einen Defender haben muss. Richtig? Sie schreiben's bloß jetzt, glaube ich, immer mit hin. Und das könnte ich mir noch raussuchen. Und das letzte Entscheidende, was ich mir raussuchen könnte, wäre Primal Rage. Alle Kreaturen haben Trampel. Weil das ist natürlich das Problem von diesem Deck. Ich hab dann zwar sehr große Kreaturen, aber wenn Geist dann mit seinen vielen kleinen Tokens blockt, hab ich auch nicht viel gewonnen. Dann kommen die nämlich nicht durch. Es sei denn, sie fliegen und haben 16 in der Luft und dann, genau. Genau. Es gibt leider keine, die sagt, Kreaturen mit Verteidiger können fliegen. Aber ich hab halt hauptsächlich auch versucht, Kreaturen mit Verteidiger zu finden, die schon fliegen können. Ja. Naja. So, was hab ich noch drin? Auch noch so ein paar Hilfskreaturen, die keine Verteidiger sind. Also einen hab ich ja schon grad genannt. Und das andere ist der Mentor of the Meek. Der Mentor der Sanftmütigen für zwei und ein Weißes. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke zwei oder weniger ins Spiel kommt, kann ich eins bezahlen und eine Karte ziehen. Also einfach mal Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen. Und eine Karte aus meinem allerersten Commander Precon, was ich mir gekauft habe. Sida Kondo von Jamura. Der hat Flanking, das ist uninteressant. Aber der sagt auch, dass Kreaturen, die meine Gegner kontrollieren, ohne Flugfähigkeit oder Reichweite, können Kreaturen mit Stärke zwei oder weniger nicht blocken. Und das ist sehr stark in diesem Deck. Das ist wie Fliegen. Das ist ja wie Fliegen. Das ist wie Fliegen. Es fühlt sich an wie Fliegen. Und Tetsuko Omezawa macht es auch. Die ist cool. Ein blaues 1-3 und Kreaturen, die du kontrollierst mit Toughness 1 oder weniger, können nicht geblockt werden. Genau. Und das ist eigentlich auch schon fast die Idee hinter diesem Deck. Also Kreaturen mit Verteidiger spielen, Karten ziehen, die ein, zwei Combo-Enchantments daraus finden oder suchen oder ziehen. Die dann den Angriff noch stärker machen und dann möglichst schnell mit wenig Angriffen die Gegner zu, zu, ähm, zu platt zu machen. Also was ich erstmal richtig cool finde an, an, an diesem Deck und auch an solch ähnlichen, ja sehr speziellen Decks quasi, die ist nicht irgendwie, da gibt es jetzt keine drei krass unterschiedlichen Arten und Weisen, die zu bauen quasi, sondern man weiß, packst Defender rein quasi und, ähm, Kreaturen mit einer hohen Toughness, dass man hier so oftmals Kreaturen reinpackt, die eigentlich in allen anderen Zusammenhängen einfach schlecht sind. Oder Karten, die man sonst nicht spielen möchte. Was eben auch dafür sorgt, dass diese Karten niemals nachgedruckt wurden. Dass die in ein, zwei, drei Sets mal erschienen sind, meistens auch nur ein Artwork haben und im alten Frame noch sind und deswegen sieht dieses Deck einfach aus wie ein uraltes Magic Deck in ganz vielen Beziehungen und man sieht einfach die ganze Zeit Karten, die man noch nicht gesehen hat. Und das finde ich ziemlich cool. Also ich habe total die Freude, hier einfach durchzugehen und mir diese Bilder anzuschauen, weil das einfach Karten sind, die ich so noch nie gesehen habe. Und, äh, das ist cool. Das, das macht erstmal einen ganz großen Reiz und weckt total viel Interesse bei mir, ähm, gegen dich mal zu spielen. Gegen dieses Deck mal anzutreten. Das hat auch sehr viel... Meekstone, ne? Auch so eine schöne Karte. Entschuldigung, weil ich die neulich erst in der Hand hatte. Eine Karte, wo ich noch nie einen Sinn dafür gesehen habe, die zu, die zu spielen. Das ist ein Artefakt für einen Mana und, äh, Kreaturen mit, ähm, äh, Stärke zwei oder größer, die untappen nicht in der, im Untapp-Segment. Ja, total irre. Und das, äh... Und das ist natürlich crazy, aber macht hier mega Sinn. Genau, und das war eben auch eine Karte, die ich auf die, durch diese Suche gekommen bin, äh, wo ich mich halt so rangetastet hatte, äh, wo dann zum Beispiel die Formulierung ist Power greater than two oder Power greater than three und da habe ich mich so langsam rangetastet und dann habe ich eben diese Karte gefunden, weil, ähm, ich quasi nach Karten gesucht habe, die reagieren auf Kreaturen mit möglichst kleiner Power. Und das, ähm, das ist dabei rausgekommen. Sollte ich in meinen Primars-Deck einbauen, da haben so viele Katzen, sind entweder klein oder haben Wachsamkeit. Genau, also das, das... Wichtigste? Schön. Entschuldigung. Bin ich gerade auf eine, auf eine ganz eigennützige Idee gekommen? Aber es ist geil. Es ist schön, solche Karten zu sehen und dann, ne, oftmals entdeckt man dann irgendwie Nischen, an die man sich, an die man sonst gar nicht denken würde. Und wo dann diese Karten kamen, die ich mir dann noch bestellt hatte über Kartenmarket und ich die aufgemacht habe, dachte ich, oh ja, das ist Wahnsinn, die habe ich noch nie gesehen. Und das war, das war auch das Ziel, was ich hatte. Also mich selber nochmal zu überraschen, wenn ich dieses Deck spiele und, ähm, nicht diese, diese Karten zu sehen, die man halt sonst auch sehr oft sieht in Let's Plays oder, ähm, oder in, in Streams oder wenn wir spielen, sondern wo ich auch gedacht habe, ich würde gern mal, ja, was Neues sehen, was vielleicht auch was Altes ist. Cool. Und wie spielt es sich denn? Also, es macht sehr viel Spaß, weil ich laufend was machen kann. Dadurch, dass der, dass die Mana-Kurve so niedrig ist und, ähm, ich kann eigentlich fast immer in Zug eins oder zwei schon die ersten Kreaturen spielen und, äh, wenn Arcadis dann angreift, kann ich auch direkt, ähm, in Runde vier, sechs oder acht Schaden schon mal auszahlen. Das hat bisher eigentlich immer gut geklappt. Mhm. Und, ähm, auch wenn ich jetzt, also ich war, ich hab das erste Mal gespielt, hab ich direkt, ähm, gewonnen, überraschenderweise, was mich auch sehr gefreut hat. Und beim zweiten Mal ist es dann auf den Unentschieden rausgelaufen, weil, ähm, der einzige Gegner, der dann noch da war, hat uns dann beide in den Abgrund gerissen, ähm, bevor dann, äh, eben die Mauern kamen. Aber es hat auch, wenn ich jetzt nicht auf der Siegerstraße war, sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen, weil halt, weil ich immer was machen konnte, weil ich immer Karten gezogen hab, wo ich dann immer mehr spielen konnte und weil ich dann irgendwann so viel Mana hatte, dass ich, ähm, gar nicht genug Karten auf der Hand hatte, um die alle spielen zu können, weil die so wenig kosten und, äh, eigentlich so Spaß gemacht haben, wenn sie im Spiel waren. Cool. Also immer viel Ressourcen, immer viele Optionen und, ähm, viel Interaktion, dadurch, dass du immer direkt angreifen kannst. Der Commander will ja auch angreifen und du kommst auch schnell ins Angreifen. Das macht, das klingt total, klingt total sinnig, ne? Und hab ich total, total Bock, das zu sehen oder mal zu sagen, hey, wollen wir nicht mal Decks tauschen, wenn wir irgendwann mal wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen zum Spielen. Nee, gerne. Und du hast halt auch den Vorteil, dass halt diese Verteidiger auch tatsächlich Verteidiger sind und so die, du spielst halt einen Verteidiger und dann greift dich auch erstmal die ersten zwei Runden keiner an, weil Power Toughness, äh, oder Toughness 5 muss ja auch erstmal drüber kommen. Klar, ist ja eigentlich was total Controlliges, solche Mauern zu spielen, ne? Einfach schön zumachen und dann irgendwann mal mit dem kleinen Flieger immer wieder drüber hinweg zu pingen. Aber hier läuft's einfach anders, wenn die Mauer plötzlich aufsteht und, ähm, einmal zu dir rüber wandert und mal ordentlich auf den Tisch haut. Genau, also, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen, also wo ich dann auch wirklich mich dran gesetzt habe, das zu bauen, ging's auch schnell und dann hab ich halt noch die restlichen Karten bestellt und bei den Ländern, da bin ich jetzt nicht groß drauf eingegangen, hab ich halt hauptsächlich Länder genommen, die ich halt hatte, also Doppelländer, Dreifachländer, ähm, hab schon gesehen, da gibt's jetzt keine, die auf das Thema irgendwie einzahlen, ne? Also auf das mechanische Thema. Ähm, eine gibt's, ähm, ich glaub Rogue's Passage, die dann vielleicht auch nochmal ermöglicht, dass die Kreatur durchkommt und Reliquary Tower, Reliquary Tower, ähm, wo ich keine maximale Kartenzahl auf der Hand habe, weil ich dann doch sehr viele Karten ziehe. Aber da hab ich gedacht, da war's mir wichtiger, erst mal so das Spiel zu starten und dann die Länder nach und nach auszutauschen, als jetzt gleich perfekt, äh, alles abgestimmt da noch zu haben, da kann man sich ja auch noch optimieren. Mhm. Aber ich wollte dann erst mal schnell ins Spiel kommen und, ähm, genau, das, die zwei Male, wo ich's jetzt gespielt hab, war, ähm, war schön, also hat sehr viel Spaß gemacht und ist eine schöne Bereicherung für meine Sammlung, finde ich. Waren deine Gegner überrascht, wie das Ding abgeht? So wie du überrascht warst? Ich glaub, wir waren gleichermaßen überrascht, ja, weil, ähm, äh, tatsächlich diese Geschichte mit, äh, ich greife dich in Runde 4 mit einer 8-8 an und wir spielen ja nur mit 30, ähm, mit 30 Leben in unserem, mit unseren Hausregeln. Da ist dann halt schon mal ein Drittel von deinem, von deinem Leben weg und wenn ich das zweimal mache, Bang. und, ähm, ja, das ging dann schon schnell. Und sag mir mal, wie die dann drauf reagiert haben, als die gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier was machen, was, was konnten die dann überhaupt tun? Also Arcadies entfernen, haben die den Commander weggesmasht. Genau, Arcadies entfernen ist halt so das, das Größte, was diesem Deck schadet. Dann kann ich zwar noch so ein bisschen mich verteidigen und ihn widerspielen, also ich kann dann schon noch ein bisschen standhalten, weil halt die, die Toughness sehr hoch ist. Ähm, das, das konnte man machen und, ähm, ja, Board Vibes sind natürlich dann auch, ähm, sind natürlich auch gut, weil ich wenig Möglichkeit habe, Sache aus dem Friedhof zurückzukommen und zu dem Zeitpunkt, ich vielleicht auch schon sehr viel gespielt habe, weil das alles so niedrige Mana-Kosten sind, ähm, muss ich dann eher wieder mehr Karten ziehen, um dann wieder was ausspielen zu können. Klar, aber ich denke mal, dadurch, dass du schon so viele Karten gezogen hast, hast du dann wahrscheinlich auch ein paar Ressourcen, ähm, wieder einigermaßen schnell ins Game zurückzukommen, könnte ich mir vorstellen. Was glaubst du, wer jetzt so, wenn du jetzt so weiter dran bastelst, ich weiß, an Commander-Decks bastelt man ja eigentlich immer, wer es nicht gut liebt, seine Commander-Decks nicht, finde ich. Ähm, gibt's so was, wo du, wo du selber noch so ein bisschen nachsteuern möchtest oder wo du vielleicht eine Karte, die du gefunden hast, die gerne noch mit rein soll? Also, was du auch schon angesprochen hast, Schutz des Commanders ist ein Thema, was ich gerne noch, ähm, erweitern möchte. Ich glaube, an den Kreaturen mache ich erstmal nix. Ähm, das funktioniert. Ich hab tatsächlich auch schon 36 Kreaturen sind drin. Genau. Und ich hab auch wirklich neue Verteidiger auch mit drin, also hier der Faithbound Judge zum Beispiel aus Crimson Wow ist drin, den find ich ja, find ich eine schöne Kreatur. Oder Flumph aus, ähm, Adventures in the Forgotten Realm. Ich hab einfach mal geguckt, was auch so in den letzten Decks für Defender dabei waren, die ich cool fand. Ja, voll gut. Also da bin ich erstmal happy. Ich glaub so an den, ähm, an den Spells, die halt noch so gewisse Funktionen wie eben Schutz oder, ähm, nochmal, ähm, gezielter Removal beim Gegner machen, da kann ich noch ein bisschen feilen. So, und jetzt kurz eine zur wichtigsten Frage. Ähm, hast du hier auf Moxfield auch die richtigen Artworks und Editionen eingestellt? Ja. Gut. Martin, richtige Antwort. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ich seh, du, ähm, spielst die Unstable Full Art Länder hier drin. Was für Sleeves benutzt du für das Deck? Ach so, Entschuldigung, für die Länder gilt es nicht. Ach so, gut. Aber sonst gilt es für alle Kappen, weil, ähm, nur dann gleicht es auch ab mit meiner Sammlung. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und bei den Ländern ist es mir wurscht. Ähm, genau. Was für Sleeves benutze ich? Ich benutze, ähm, ich hatte die noch tatsächlich, ähm, und ich glaube, es sind Dragon Shields, ähm, matt, oder, es könnten auch Katana Sleeves sein. Ich glaube, aber es sind Dragon Shields, matt. Ich hab gesehen, du spielst ja Arcadies in dem alten Border quasi. Ja. Der, der in diesem tollen Goldverlauf, hast du dann vielleicht auch gleich goldene, goldene Sleeves dazu? Oder welche, welche, in welche Farbe packst du den rein? Sowas interessiert mich. Ähm, die Farbe ist jetzt noch nicht abgestimmt. Ich glaube, es ist einfach ein Orange, glaube ich, aktuell. Okay. Also, es musste sich erst einmal beweisen und, äh, geadelt mit der, mit der perfekten Farbe wird's dann noch das Deck. Genau, weil ich eben, tatsächlich hier auch, es war jetzt kein Budget Deck, aber ich hab gesagt, ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt nicht, wie gesagt, viel Geld reinstecken und ich hatte auch noch wirklich ganz viele Sleeves da. Das muss erst einmal losgehen und, wenn's funktioniert, wie du gesagt hast, dann optimiere ich jetzt an verschiedenen Stellen und, ähm, ich glaub, das ist einfach ein Deck, dass, dass ich behalten werde und das, das kriegt jetzt schöne Sleeves und, ähm, äh, ja, vielleicht auch noch eine schöne Box oder so. Also, das ist, ähm, das ist toll. Ja, voll gut. Voll gut. Ja, vielen, vielen Dank in den, in den Einblick hier in deinem Commander Deck. Hat mir richtig Lust gemacht, mal wieder selber eins zu bauen und hat mich ein bisschen an, an das Bauen von Blim erinnert, als ich Blim gebaut hatte und irgendwie auch so eine ganz andere Sorte von Karten plötzlich in den Fokus nehmen musste. Komplett. Ähm, schön, gefällt mir. Total, ne? Ist jetzt überhaupt kein Arcadies, kennt wahrscheinlich jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber ich hab noch nie ein Deck dazu gesehen und, ähm, ja, schaut's euch auf jeden Fall mal an und vielleicht habt ihr ja für Martin sogar noch den einen oder anderen Tipp, eine Karte, die auch die Age-Rack bisher übersehen hat. Ja, genau. Oder vielleicht auch tatsächlich einfach nur ein Deck-Namen. Das würde mich auch schon freuen. Ja, genau. Also aktuell Mauerspecht gilt es zu übertrumpfen. Ja. Ich denke, deine Gegner sind die Mauerspechte, die dann sozusagen langsam sich pick, 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 pick wegpicken wollen. Und ich wollte jetzt auch allzu, äh, allzu platte DDR-Wortspiele vermeiden. Also wenn ihr da kreative Sachen habt mit Mauern, ähm, dann immer her damit. Also ich bin ja für die Mauer-Strikes back. Ist schon mal, ist schon mal, ähm, Wollte ich jetzt mal so ins Rennen werfen. Nicht, nicht so schlecht, genau. Wir wollten noch ein bisschen über, Da bin ich ja schon zufrieden. Wir wollten noch so ein bisschen über Deckbau generell sprechen, ne? Also wie, ähm, was kann man, wie kann man denn vielleicht sonst noch rangehen? Ich hatte jetzt gerade gesagt, ich habe jetzt viel über Scrifall gemacht und EDA-Track erst am Schluss bemüht, um nochmal so eine Sicherheit zu haben, dass ich jetzt keine essentielle Karte übersehen habe aus den über 20.000, die es da jetzt gibt. Ähm, gab es da was, was du übersehen hattest, wo EDA-Track dich darauf hinweisen konnte? Fällt mir jetzt bewusst nichts ein, ne? Also ich glaube, die meisten hatte ich gesehen, weil die meisten halt auch wirklich so mit Verteidiger arbeiten und dann, ähm, kann man natürlich andere Spells hier und da benutzen, aber ich war eigentlich ganz happy so mit meiner, mit meiner Suchvorgehensweise. Ist ja auch so eine kleine Challenge, quasi gegen EDA-Track quasi anzukommen, gegen die Datenbank irgendwie sozusagen anzutreten im Metagame. Und ich wollte es dann auch vermeiden, irgendwie die Klassiken, also wirklich dann wieder die, die besten Karten für, für alle Decks, die dann irgendwie schon mal 30 Prozent deines Decks voll machen, da reinnehmen zu müssen, weil es auf EDA-Track stand. Mhm. Ja du, ich glaube, ich will gar nicht so viel jetzt mehr über Deckbau sprechen, weil es einfach ein großes Thema ist. Vielleicht machen wir dazu mal eine extra Folge, wo wir einfach mal so ein paar unterschiedliche Deckbaustrategien zusammen recherchieren, zusammentragen, weil da gibt es ja echt mittlerweile auch technische Tools, die einem da sehr cool helfen können und es gibt da irgendwie ganz, ganz coole Herangehensweisen. Ich hatte ja zuletzt erzählt und werde gerade auch nicht müde, das bei Twitter immer wieder zu wiederholen, dass ich sehr gerne Pauper spiele und habe das erste Mal das Ding des Netdeckings probiert. Und ich dachte ja immer und so denken, vielleicht ist das auch so ein Ding von Commander-Spielern, dass sie halt immer so ein bisschen, na wobei, nee, das will ich gar nicht sagen, das stimmt gar nicht, aber ich habe so ein bisschen abschätzig über das Netdecking gedacht vorher und dachte, ja dann gehst du halt online, holst dir eine Liste, bestellst dir die Karten, baust dir das Deck, trittst an und wenn du halt die Liste vom besten Deck hast, dann gewinnst du halt. So ein Quatsch. Das ist so ein bisschen wie, wenn man, du kaufst dir ein Musikinstrument, du kaufst dir ein Klavier. Und du suchst dir aus, guckst im Internet, was ist ein sehr, sehr gutes Klavier und gibst sehr viel Geld aus, womöglich auch, um dir dann dieses Klavier zu kaufen. Dann ist es zu Hause und du wunderst dich, warum dein Schlagzeug so nämlich besser wird. Ungefähr so hat sich das angefühlt. Ja? Ich hab halt dieses Deck zusammengebaut und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das navigiert. Ne? So. Ich hab nur gesehen, ach, das Deck ist irgendwie ganz cool, das spielt ein paar Karten, die ich gern spielen möchte. Ich hab mir die Karten zusammengekauft, ich hab's mir eins zu eins nachgebaut, hab dann noch irgendwie, ja, die eine oder andere Karte war gebannt, egal, tauschst du halt aus. Wird ja bestimmt egal sein, ob da jetzt drei andere Karten drin sind, wenn die drei jetzt auch weggebannt sind. Totaler Quatsch. Du kannst dir eine Karte aus deinem Deck raussuchen. So gut, da suche ich mir ein Land raus, das brauchen wir immer. Und ich hab einfach gemerkt, dass eine sehr große Kunst daran liegt, dass zum einen natürlich das Deck zu bauen, so wie diese Decks, die da irgendwelche Turniere gewinnen, gebaut sind, das könnte ich aus dem Stehgreif gar nicht. Ich hab das Netdecking entdeckt für mich als eine Möglichkeit, rumzuprobieren und auszuprobieren und sowas kennenzulernen und eine Spielweise kennenzulernen. Ich spiele gerade so controlige Popper-Decks irgendwie, obwohl ich sonst sehr, sehr selten oder nie Control spiele. Und hab gemerkt, dass es halt von einem Deck-Archetypen natürlich nicht das eine Deck gibt, sondern da gibt es halt irgendwie 20 verschiedene Arten und Weisen, das zu bauen und sich dann zu entscheiden für das Richtige davon. Da geht es dann auch ganz viel um Geschmäcker, um ganz viel Erfahrung und es ist eben überhaupt nicht leicht. Und deswegen denke ich auch, es ist überhaupt keine Schande, zur Recherche für ein Commander-Deck auf EDH-Rack zu gehen, denn da sieht man ja, auch wenn man sich einzelne Decks anschauen kann, man sieht aber eigentlich nicht, was ist hier das beste Deck, was ist das schönste Deck, was ist das flavorvollste Deck. Nee, man kriegt halt nur sozusagen eine statistische Aneinanderreihung, was andere Leute schon gemacht haben. Und die Auswahl muss immer noch jeder für sich selber treffen. Und wie wer was dann zusammenstellt, das ist schon so ein kleines Kunstwerk für sich. Und ich habe da durch dieses Net-Decking, durch das Ausprobieren des Net-Deckings echt sehr viel Demut und Respekt wieder gewonnen, gegenüber den unterschiedlichen Herangehensweisen, daran Decks zu bauen. Und ja, schön. Sehr, sehr schön, einfach heute wieder aus der Popper-Welt heraus wieder in die bunte Welt der Commander-Decks irgendwie reinzuschauen, wo man halt 100 verschiedene Karten spielt. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ein bisschen durch mein Commander-Deck zu gehen. Und wie der Geist schon gesagt hat, freue ich mich oder freuen wir uns auf euer Feedback dazu. Und Tipps und Tricks, wie dieses Deck vielleicht auch noch ein bisschen besser werden könnte, ohne dass ich auf EDH-Deck gehen muss. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Nachspeise. Und du darfst gerne verkünden, was es da noch Bissfestes gibt. Hart, härter, am härtesten. Die Plätzchen von Weihnachten müssen mal weg. Ja. Hast du hoffentlich keine mehr. Ey, ich habe tatsächlich diese Woche die letzten Lebkuchen weggegessen. Und die waren noch richtig gut. Und Lebkuchen sind einfach was sehr, sehr Leckeres. Und das sollte, ich meine, es ist schön, dass es das nur einmal im Jahr gibt. Dann weiß man es zu schätzen. Aber wenn es das zu kaufen gäbe die ganze Zeit, ich würde mir immer mal wieder ein paar Lebkuchen hoch. Das ist einfach zu geil. Aber es stopft schon ganz schön. Gut, so viel dazu. Lass uns zur Nachspeise kommen. Was ich hier vorbereitet habe, oder was ich sehr gerne einfach nochmal so in die Runde schmeißen möchte, ist der neue Secret Lair April Super Mega Hype Drop. It's a lot of fun. Denn dort gibt es einfach wunderbare Artworks zu sehen. Denn es gibt tatsächlich eins, zwei, drei, ja, also dreieinhalb Artist Series. Vielleicht sogar vier Artist Series. Vierinhalb oder fünf, wenn man so will. Denn es gibt einen großen Fokus auf Artworks. Und drei offizielle Artist Series gibt's. Dann gibt es noch den Special Guest Matt Jukes, der Proxys macht und quasi seine Proxys jetzt sozusagen auf offiziell gedruckten Magics-Karten bringen konnte. Und dann noch das Just Some Totally Normal Guys, was ja auch so einen super coolen, schön bunten Comic-Stil hat. Alles gezeichnet von Roman Klonick oder Roman Klonick. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie man ihn ausspricht. Roman Klonick. Gut, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Artist Series. Ich erwähne sie einmal alle kurz. Es gibt eine Artist Series Magali Villeneuve. Das sind wirklich, also wahnsinnige, jede einzelne Karte sollte man eigentlich als dreimal drei großes Mural an irgendeiner Wand betrachten können. Eine wahnsinnig abgefahrene Mother of Ruins, die unglaublich detailverliebt daherkommt. Was sind für mich noch Highlights? Es gibt eine Artist Series Wayne Reynolds. Dessen Style ich jetzt vielleicht nicht so, ja, nicht so ganz auf meiner Wellenlänge ist, aber ich finde die trotzdem natürlich, also ganz objektiv betrachtet, sind die einfach super krass. Und es gibt auch einfach mal eine neue Illustration von der Depala, von der ich auch ein Commander-Deck habe. Oha! By the way, auf der Secret Lair Seven Dwarfs muss ich noch warten. Darauf warte ich ja, einfach ein Secret Lair, wo nur die sieben Zwerge in sieben unterschiedlichen Artworks zu sehen sind. Die werden bestimmt aufgeteilt in zwei Drops. Und ein Zwerg ist immer doppelt drin. Pit. Hör auf, sowas zu sagen. Das tut mir einfach so weh. So einen schönen, wohligen Gedanken dieses Secret Lairs. Und für mich natürlich, oder für uns beide womöglich ein absolutes Highlight, ist die Artist Series von Siddharth Chattvedi, mit dem wir letztes Jahr ein Interview führen durften. Der hat vier Karten gemacht. Hast du die vor dir? Willst du die einmal kurz erwähnen? Ich hänge jetzt gerade noch bei Depala, aber ich bin sofort bei Siddharth Chattvedi. Ich fange an. Er hat eine Insel gemacht. Ja. Die brauche ich unbedingt, weil, äh, nee. Also, wenn ich hm sag, meine ich natürlich nur, dass es eine Insel ist. Und jetzt nicht eine aufregendere, mechanisch aufregendere Karte. Genau. Also die ganzen Karten erzählen eine Geschichte. Mir ist es noch nicht gelungen, die Karten in eine Reihenfolge zu bringen. Aber eine weitere nach dieser Insel ist zum Beispiel, ähm, das Ghost Quarter. Ähm, ist auch ein Land. Eins von drei Ländern übrigens in diesem Drop. Und, ähm, ja. Da weiß man, glaube ich, was das macht. Also, es kann man tappen für ein Farbloses, oder man kann es opfern, und dann kann man ein Land zerstören. Und der, ähm, Besitzer, oder der Beherrscher dieses Landes, der Beherrscher des Landes, äh, kann seine Bibliothek nach einem, äh, 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 Fürst dieser Länderei. Fürst dieser Länderei, kann seine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen, uns, äh, ins Spiel bringen und dann, äh, die Bibliothek mischen. Das ist eine Karte. Ja, und dann gibt's noch den, den Nomaden Außenposten. Ja. Home at Outpost, ähm, der getappt ins Spiel kommt und dann für Rot, Weiß oder Schwarz tappen kann, wenn er irgendwann mal wieder antappt ist. Äh, aber hier finde ich mein Lieblings-Artwork. Einfach eine ganz tolle Illustration. Man befindet sich in einem Zelt. Wir haben damals schon im Interview herausgestellt, wie unfassbar gut Siddharth mit, ähm, mit Licht arbeitet. Hier, und man sieht die Lichtquelle nicht, aber es scheint eine, eine Kerze, eine Laterne, irgendetwas zu geben, was sich in diesem Zelt hinter einem, ja, vielleicht hinter einem so Art, ja, ähm, ähm, Mantel befindet, ja. Ein Mann, der das vielleicht so, äh, mit sich trägt. Da gibt's eine alte Frau, vielleicht liegt die im Sterben hier. Ähm, zumindest ist es eine Szene, die, ja, sehr viel Ruhe ausstrahlt. Eine junge Frau kniet an ihrem Bett, hält ihre Hand auf der Brust, liegt so ein schweres Buch. Und, ja, dieses, dieses Zelt drumherum, das wirkt fast so zirkusartig, bunt, gefleckt, passt irgendwie gar nicht zu der, ja, vielleicht tragischen Szene hier. Aber das macht Zittas eben so wahnsinnig toll, dass er Farben und Licht benutzt, was man, dass man vielleicht für die Szene gar nicht so erwarten würde, aber trotzdem schafft er es, ja, genau diese Stimmung zu transportieren. Also ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Illustration, ähm, und Licht und die Farben hier, die, die berauschen einen wirklich. Und es passt auch sehr, sehr schön in den goldenen Rahmen, den dieses Land, der Nomad Outpost mit sich bringt. Passt einfach wunderschön rein. Das merkt man auch, dass er die Rahmenfarbe wirklich, die Farbe des Frames einfach mitbedacht hat in allen Seiten Illustrationen hier. Dann haben wir noch eine vierte Karte, und zwar die Concordant Crossroads. Äh, eine Weltverzauberung. Auch lange nicht gesehen. Und die sagen, alle Kreaturen haben Eile. Also alle Kreaturen haben Eile. Ja, die Karte hat auch lange kein Reprint mehr gesehen. Deswegen kostet die auch irgendwie ab 25 Euro aufwärts im schlechtesten Zustand. Also da kann man, ähm, da kann man ein Schnäppchen machen, meinst du, wenn man diesen ganzen Secret Layer bestellt. Also zusätzlich zu den tollen Illustrationen von Sid kriegt man hier auch noch, ähm, kriegt man hier auch noch so ein kleines Highlight. Ja, Amy Weber hatte, hatte das ursprüngliche, die ursprüngliche Illustration gemacht. Einfach super lang her. Ich guck mal kurz, wann die das letzte Mal reprintet wurde. Ähm, auf Papier. 95. Ich glaub, digital gab sie dann noch hier und da mal. Ähm, zu sehen. Also eine Karte, die sicherlich im Commander sehr, sehr gern gespielt wird. Und deswegen, tja, und weil sie nie wieder gedruckt wurde, einfach super teuer ist. Und weil Preise von seltenen Karten eh irgendwie super crazy geworden sind. Deswegen, ja, wem's auf den monetären Wert ankommt, für den ist das sicherlich interessant. Ähm, aber eben auch für die Leute, die Bock haben auf, auf abgefahrene Artworks. Ähm, ja, beziehungsweise abgefahren sind die gar nicht. Die sind einfach super stimmungsvoll. Und dadurch, dadurch meines Erachtens brillant. Und eben alles sichtbar in Öl, ähm, in Öl gefertigte Gemälde. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Folgt uns auf tasty, at tasty-mtg. Das ist unser Twitter-Handle. Ihr könnt uns natürlich auch online einen Kommentar hinterlassen auf unserer Homepage, ähm, tasty-mtg.de Und, äh, unter allen Zuschriften verlosen wir eine Reise nach Hawaii. Was? Nicht. Nein. Quatsch. Das hat man doch immer so. Ich könnte nochmal eine Karte aus der Kiste ziehen. Du könntest nochmal eine Karte aus der Kiste ziehen. Ja. Ne, wir überlegen uns was. Wir machen mal wieder ein kleines Giveaway, würde ich sagen. Ja. Das müssen wir auch voransprechen. Ich reise zu Hawaii, gibt's nicht zu gewinnen. Na gut, dann nicht. Okay, dann, ähm, ja, nochmals vielen Dank für, äh, fürs konstante Zuhören und, ähm, fürs vielleicht auch erste Zuhören, wenn ihr das zum ersten Mal hört heute, was wir hier so treiben. Und wir freuen uns, dass ihr da seid und zuhört und auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich danke dir vielmals für den Deck-Tag. Und ihr alle, die hier zuhört, bis bald. Bis bald, macht's gut. Und nicht vergessen, nicht nur die Karten angucken, auch damit spielen. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.